Sind Sie noch auf der Suche nach dem großen Liebesglück und würden gerne mal wieder Herzklopfe spüren? Dann habe ich was für Sie. Schalten Sie ein am Donnerstag, den 15. Mai, ab 23 Uhr. Werden Sie aktiv bei der ersten Single-Dating-Show hier bei AstroTV. Und wir gehen gemeinsam auf die Suche nach dem Traumpartner oder der Traumpartnerin. Daran denken, rot in den Kalender markieren, 15. Mai, ab 23 Uhr. Der Tag, der vielleicht auch Ihr Liebesleben verändern könnte. Ich freue mich drauf.